Grüß Gott und Willkommen bei SPIRIT. Katholischer Priester zu sein ist ein ganz besonderer Beruf. Denn hier geht es weniger um die eigenständige Wahl eines Betätigungsfeldes als vielmehr um den besonderen Anruf Gottes, bei der ein ganzes Leben in existenzieller Weise verwandelt wird. Trotz eines allgemein vorherrschenden Priesterbildes ist jeder Priester für sich eine Persönlichkeit, ein Individuum, das seinen Dienst unterschiedlich versteht und ausübt. Wir wollen Ihnen in unserer neuen Reihe in loser Folge ganz unterschiedliche Priester vorstellen und von Ihnen hören, wie Sie Ihre Berufung in der Gesellschaft von heute leben. Den Anfang macht dabei der Militärseelsorger Pater Stefan Havlik. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Pater Stefan, Priester sein heute, was ist das in Ihren Augen? Priester sein heute ist eine Herausforderung in bewegter Zeit in und außerhalb der Kirche. Aber es ist jetzt auch eine Berufung mit ganz vielen wunderbaren Möglichkeiten, um diesen Dienst ausüben zu können. Und dieser Weg kann sehr unterschiedlich ausfallen. Sie zum Beispiel, Sie haben vorher vor Ihrer theologischen Ausbildung eine andere Ausbildung gehabt. Sie haben studiert. Sie sind diplomierter Betriebswirt. Warum sind Sie nicht dabei geblieben? Ja, ich habe gern BWL studiert. Das hat mich sehr interessiert. Aber ich kann mich erinnern an die Schlussphase des Studiums. Da waren die Stellenanzeigen an den PIN-Wänden dieser Hochschule. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, will ich mein ganzes Berufsleben lang Menschen Dinge verkaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchen? Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich immer schon der Kirche nahe war in meinem Inneren und habe beschlossen, jetzt fange ich einfach mal ein Theologiestudium an, denn mein erstes Studium wäre ja deswegen nicht weg. Und schauen wir mal, ob das passt. Und es hat eben dann gepasst und zwar sehr gut. Und wann haben Sie zum ersten Mal einen richtigen Ruf, den Ruf Gottes gespürt? Also ich bin aufgewachsen in einem, sagen wir mal, normal der Kirche verbundenen Elternhaus. Man kannte die Pfarrer, man ging auch in den Gottesdienst, man kannte die Gemeinde, die Nachbarn waren katholisch oder evangelisch. Also soweit ganz normal. Im Rückblick würde ich sagen, ich war sicher immer schon am Religionsunterricht besonders interessiert, aber dann fand ich mit 17 Jahren ein Mehrjahrenheft über Oberbayern, ein uraltes, im Bücherschrank meines Vaters. Und da war ein Bericht drin über das Kloster Ettal. Und diesen Artikel habe ich zigmal gelesen. Da hat mich was angezogen, da war was Faszinierendes. Habe ich dann ein paar Monate später auch auf den Weg gemacht und habe diese Mönche dort kennengelernt. Eben auch dann Patres, Priester, die ganz anders waren wie die Gemeindepfarrer, die ich bis dato kannte. Und dann hat sich das eben immer weiterentwickelt. War das denn in der Folgezeit ein Prozess? Oder kam dann irgendwann ein ganz bestimmter Zeitpunkt, wo Sie Ihr Ja gesprochen haben, das dann auch nicht mehr angefochten wurde? Also der Grundton, würde ich sagen, war gegeben mit der Begegnung mit dem Kloster Ettal. Und dieser Grundton, der blieb dann über die nächsten Jahre. Mal habe ich mehr auf ihn gehört, manchmal auch weniger. Aber da war die Initialzündung schon da. Und dann der Eintritt ins Priesterseminar, dieses Theologiestudium, das so ganz anders ist wie ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, die Gemeinschaft im Priesterseminar. Und ab da war für mich im Rückblick ganz klar, ich möchte Priester werden. Vier Jahre Priesterseminar, acht Semester Studium lese ich in Ihrer Biografie. Was ist denn das Wichtigste, was Sie aus dieser Zeit mitgenommen haben? Also erstens mal, wenn wir das Theologiestudium betrachten, das hätte ich als Student selber jetzt nicht gerne gehört, aber es ist so, das Wichtigste Fach für meine jetzige Praxis ist das Kirchenrecht und vor allem das Sakramentenrecht, das Eherecht. Zweitens, Dogmatik mochte ich als Fach nicht besonders, aber es ist unglaublich wichtig. Und natürlich die ganze Exegese. Wir hatten großartige Professoren, die uns die sehr lebendig nahegebracht haben. Das ist mal das, was das Studium betrifft. Im Priesterseminar haben wir natürlich eine Art klösterliche Gemeinschaft gelebt, die der übliche Diözesanpriester später so nicht mehr lebt. Was mich geprägt hat, war meine Tätigkeit auch außerhalb des Priesterseminars. Ich war Statist und Chorsänger im Stadttheater, heute Staatstheater Augsburg. Und auch Liturgie, so weiß ich mittlerweile, ist ja Inszenierung. Und das Gefühl für Bühne zu haben, das hat mich, glaube ich, schon auch sehr viel weitergebracht. 2012 erfolgte dann die Priesterweihe. Was ist Ihnen davon besonders in Erinnerung geblieben? Also es ist natürlich ein ganz großer und ein spannender Tag. Wir waren nur drei Weihekandidaten. Das heißt, es ist doch sehr persönlich. Dann Kardinal Meisner, den wir kurz vorher erst persönlich kennengelernt hatten, in seiner, ich möchte sagen, großväterlichen Art zu uns. Also gar nicht dieser Panzerkardinal, so dieses kantige, harte, wie man ihn vielleicht über die Medien wahrnahm, sondern was unglaublich Väterliches. Und mit ihm war ich dann eben auch im Kontakt bis zu seinem Tod. Also er blieb auch über die Priesterweihe hinaus so eine Art geistlicher Großvater. Sie haben danach dann fünf Jahre im Fahrverband Bayern gearbeitet, in Oberbayern. Jetzt sind Sie Militärseelsorger in Baden-Württemberg. Wie ist es dazu gekommen? Also jede Sonderseelsorge, Krankenhaus, Gefängnis, Militär, braucht da immer über die priesterliche Berufung hinaus noch die Bereitschaft, sich in einem Milieu zurechtzufinden. Und ich war schon mal kurze Zeit bei der Militärseelsorge, blieb dann auch mit dem Militärbischofsamt im Kontakt, im guten Kontakt. Und so ergab es sich, dass die gesagt haben, also wenn es dich wieder interessiert, wenn es möglich ist, wir würden dich gerne wieder haben. Und dazu war ich dann auch bereit zu diesem Zeitpunkt und bin da mit Freude wieder hingegangen. Und es ist einfach ein spannender Bereich, in dem ich da tätig sein darf. Muss man da bestimmte Voraussetzungen haben, charakterlicher Art? Das kann ja bestimmt nicht jeder machen. Ja, also man muss zunächst einmal da gerne sein. Das gilt natürlich nicht für alle Theologen bei der Konfession, dass sie so gerne mit dem Militär umgehen. Dann muss man wissen, es ist zunächst einmal eine sehr säkulare Umgebung, also noch säkularer wie die Gesamtgesellschaft. Also geht es um die Menschen da. Und man darf nicht erwarten, dass man da eine Gemeinde vorfindet, die da jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, sondern da geht sehr viel über den persönlichen Kontakt. Und ich glaube, wenn die Soldaten bemerken, mit dem können wir was anfangen, mal auf einer rein menschlich-praktischen Ebene, dann kann man sie auch erreichen. Dann kommen sie auch durchaus in Gottesdienst und empfangen die Sakramente. Aber es geht ja auch um Seelsorge. Welche Nöte haben denn die Menschen, die zu Ihnen kommen? Also Nöte, die wir in der gesamten Gesellschaft finden, aber sicherlich auch Nöte, die eben Menschen haben, in deren Leben vieles nicht passt und die ein bisschen die Hoffnung haben, mit der Bundeswehr breitet sich da ein Dach über meinem Leben aus und dann ist alles sortiert. Das ist natürlich nicht so. Die Bundeswehr kann nicht alles nachholen, was ein Elternhaus zum Beispiel nicht geleistet hat, aus welchen Gründen auch immer. Und daher muss man da ganz praktisch hingehen und sagen, wie kann ich dir helfen? Vieles von meinen Tätigkeiten hat zunächst mal gar nichts offensichtlich Priesterliches, sondern vieles von dem, was ich tue, ist quasi Sozialarbeit, ist Beistand, ist Zuhören. Und dann kann da auch was wachsen. Und Sie haben sozusagen eine Mitarbeiterin bei Ihrem Dienst, nämlich Ihre Hündin Kognak, die auch richtig mitwirkt im Wortsinne. Wie funktioniert denn sowas? Sie ist oft eine emotionale Brücke. Wenn Menschen zu mir kommen, die seelisch sehr belastet sind, wenn Menschen, wenn Soldaten weinen, dann fällt es denen schwer, mir dabei ins Gesicht zu schauen. Wenn Sie dann aber den Kontakt mit dem Hund haben und die Dame ist nochmal sehr anhänglich und sehr streichelbedürftig, dann kann da auch was entstehen. Und es passiert tatsächlich immer wieder, dass Soldaten in mein Büro, in meine Dienststelle kommen und sagen, Herr Pfarrer, seien Sie mir nicht böse, ich komme eigentlich mehr zu Ihrem Hund. Da bin ich nicht böse, sondern das freut mich ja, dass da einfach noch eine weitere Möglichkeit ist, dass einer Seele geholfen werden kann. Priester kümmern sich um die seelischen Nöte anderer, aber wie steht es um die eigenen Nöte? Es ist ja doch so, dass das Priestertum, dass ein Priester für viele als sehr einsamer Mensch gilt. Wie gehen Sie damit um? Also ich hatte noch nie Schwierigkeiten damit, allein zu sein und ich fühlte mich auch noch nie einsam. Tatsächlich muss man aber auch in seinem privaten Bereich immer schauen, dass man einigermaßen sortiert durch das Leben geht. Und dann ist natürlich das berühmte Netzwerk gefragt. Also andere Priester zu kennen, zu denen man gehen kann, sein berühmtes Herz ausschütten und einfach mal sagen, das ist jetzt meine Herausforderung, auch für mich persönlich. Aber mir auch ganz wichtig, Freunde zu haben, die nicht Priester sind. Freunde zu haben, die vielleicht gar nicht in der Kirche sind, die vielleicht sogar an gar nichts glauben. So ein Netzwerk von Menschen zu haben, denen man vertrauen kann, mit denen man umgehen kann und wo man einfach weiß, wenn es mir schlecht geht, kann ich da auch jederzeit anrufen. Sie haben die Freundschaften angesprochen. Nun ist ja das Priestertum auch immer eine Frage, wie weit lasse ich Nähe zu und wo muss ich Distanz wahren? Wie gehen Sie damit um? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da macht man seine Erfahrungen mit der Zeit. Im Grunde muss man genau zwischen diesen beiden Extremen stehen. Wir sollen ja keine Kühlschränke sein. Also ich soll schon mitbekommen und mitleben, was mir da jemand an Sorgen und Last bringt. Gleichzeitig kann ich nicht jedenfalls zu meinem eigenen machen, sonst würde ich ja daran kaputt gehen. Also diese Mitte, da muss man sich selber immer wieder ein bisschen navigieren. Wie gehe ich damit um? Wie behandle ich auch möglichst jeden gleichwertig? Das ist ganz entscheidend. Aber das, denke ich, gilt ja für andere Berufe auch, dass man diese Mitte finden muss. Natürlich gibt es Fälle, die gehen einem nach. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Und dann muss man schauen, dass man sein Bestes gibt und den Menschen dann eben als solcher auch beisteht. Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig, wenn man heute als Priester leben will? Wie sollte man den Alltag gestalten? Also es braucht natürlich ein starkes und stabiles Gebetsleben. Es braucht selber den Empfang der Sakramente. Es braucht eine regelmäßige Beichte. Das ist nicht ganz einfach mit der Beichte, weil es mir zum Beispiel so geht, ich gehe nicht zu Priestern Beichten, mit denen ich ständig zusammenarbeite, weil das sonst zwei schwierige Ebenen gibt. Und dann muss man einfach schauen, dass man gesundes Maß auch an einer priesterlichen Freizeit hat und dass man eben nicht vereinsamt, dass man nicht verlottert auf allen möglichen Ebenen, sondern eben ein sortiertes Leben führt. Und so, dass man auch jeden Abend denken kann, wenn ich morgen früh nicht aufwache, kann ich dem Herrgott einigermaßen mein Leben vorzeigen. Helfen da vielleicht Vorbilder? Haben Sie priesterliche Vorbilder? Also mein stärkstes priesterliches Vorbild ist eben der gute Pater Anselm Stitzinger, Gott hab ihn selig, aus Ettal, der mich unfassbar geprägt hat, weil er ein ganz weit denkender und zugleich, und das passt sehr gut zusammen, ein tief katholischer Priester war. Daneben gibt es noch einige Priester, die auch mit mir studiert haben. Ein Primizprediger zum Beispiel, der ein wunderbarer, starker, stabiler, freundlicher Stadtpfarrer geworden ist. Und auch einige Priester der sogenannten Weltkirche, die oft ja dann wieder an ganz anderen geistlichen, aber auch tatsächlichen Fronten zu kämpfen haben. Und die ich sehr bewundere, mit wie wenig die arbeiten und leben und wie stark und treu sie im Glauben sind. Als Priester haben Sie verschiedene Aufgaben. Sie müssen taufen, Sie sind bei Beerdigungen zum Beispiel oder bei Ihren Soldaten, unterrichten Sie auch. Gibt es eine Aufgabe, die Sie besonders mögen? Also mit einer Kategorie kann ich das jetzt gar nicht so beantworten. Es ist zunächst mal das Schöne, wie wir immer sagen, der Priester begleitet von der Wiege bis zur Bahre. Das ist etwas ganz Faszinierendes. Dann dürfen wir in all den Situationen, die Sie genannt haben, bei der Taufe eines Kindes, bei der Beerdigung eines Menschen, bei einer Hochzeit, ja ganz tief reinschauen in die Herzen der Menschen. Wir dürfen sie erleben, auch in all ihrer Emotionen, dürfen sie eben ein Stück weit begleiten. Und da gibt es dann immer wieder Fälle. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Taufe eines sehr viel zu früh geborenen Kindes, das mich da sehr beeindruckt hat auf der Frühchenstation, wie ich die Taufe spenden durfte. Der kleine Mann ist mittlerweile fünf Jahre alt, Gott sei es gedankt. Aber das sind schon prägende Erlebnisse. Und daher würde ich sagen, mich freut eigentlich die ganze Bandbreite des priesterlichen Tuns. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie gerne reisen. Ist das mehr als ein persönliches Hobby? Das ist ja auch zunächst mal eine wichtige Frage für einen, der Priester wird. Ja, wie verbringe ich eigentlich zukünftig meinen Urlaub? Mir war immer klar, ich will nicht in irgendeinem Hotel sitzen und bin dann abends beim Abendessen der komische Onkel am Einzeltisch. Ich habe mich vor Jahren entschieden, ich möchte unbedingt kirchlich verreisen. Und das heißt konkret, wenn mich ein Land, eine Gegend dieser Welt interessiert, nehme ich Kontakt auf mit dem Bistum, mit einem Kloster in der Nähe, mit einer Pfarrei und reise dahin. Und bin auch sehr gerne bereit, da tätig zu werden. Und so war ich Vertretungspfarrer in Irland. Ich war mit dem Bischof von Montego Bay auf Jamaika unterwegs. Ich war bei den Salesianern in Uruguay, bei den Salesianern in Myanmar und halte da Messen, sofern es mir sprachlich natürlich möglich ist. Und höre Beichte und bin einfach dabei und bin unterwegs. Und so erlebt man natürlich ein Land auch nochmal ganz anders, tiefer und gehört automatisch zu einer Gemeinschaft dazu. Und das ist eben die faszinierende Weltkirche. Wir sind überall katholisch. Also es erweitert den Horizont. Absolut. Man ist nicht nur mit den alltäglichen Problemen konfrontiert. Ja, und Sie schreiben. Auch das ist vielleicht ungewöhnlich für einen Priester. Worüber schreiben Sie denn? Gerne über Kulturelles, über Literatur und Kunst, über prägende Figuren der letzten Jahrhunderte. Da gibt es Blogs, auf denen ich da schreiben darf. Auch das, was mich einfach interessiert. Also das ist keine Auftragsarbeit, sondern ich darf da mit meinen Ideen kommen. Dann und wann wage ich es auch ein bisschen Gesellschaftskritik. Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern schon auch mit etwas Humor. Also das Schreiben war mir schon als Kind eine Freude. Und so darf ich das auch auf diese Weise ein bisschen leben. Viele Menschen, die sich in der Kirche engagieren, seien es jetzt Priester oder Laien, die tun das a, weil sie etwas Gutes tun wollen oder aber b, weil sie etwas verändern wollen. Was ist Ihre Motivation als Priester? Also ich halte mich immer an den alten Spruch, die Kirche ist dazu da, die Seelen der Menschen in den Himmel zu bringen. Das ist ganz kurz gefasst, aber das nehme ich auch als meinen Auftrag an. Ich möchte den Menschen beistehen. Ich möchte ihnen vielleicht Hilfeleistung anbieten. Ich möchte auch ihr Herzen erreichen mit der Botschaft des Evangeliums. Darum predige ich auch ausgesprochen gerne. Und ich glaube, das ist das. Wir sind einzig und allein Werkzeug Gottes. Es geht nicht um den Pater Stephan und seine Privatshow, sondern es geht darum, dass ich meinen Auftrag erfülle. Natürlich mit meiner Art, die mir gegeben ist. Aber das ist der Punkt. Und ich glaube, da wird am Schluss auch persönlich abgerechnet. Wie viele Seelen hast du gerettet? Gibt es denn für Sie auch so etwas wie Zufriedenheit in Ihrem Beruf? Ich sage mal, wenn ein Handwerker ein Meisterstück fertigt oder wenn ein Arzt jemandem helfen kann, dann kann man es vielleicht verstehen. Aber wie ist das bei einem Priester, wenn man immer wieder gegen die gleichen Nöte zum Beispiel im Beichtstuhl ankämpfen muss? Also wir sind nie fertig. Das ist Teil unseres Berufs. Das ist ganz sicher. Ich hätte immer noch am Tag mehr machen können. Aber es gibt natürlich schon so Dinge, die sich auch abschließen. Also zum Beispiel einen Sterbenden begleiten und ihn am Schluss sogar selber beerdigen. Da ist ja ein gewisser Abschluss gegeben. Und wenn wir dann Menschen sagen, das hat uns geholfen, dass sie da waren. Das ist ja oft das Wichtigste. Wir Theologen meinen oft, wir müssen zu allem unseren Senf geben. Und es sei ganz wichtig, jedes Wort, jeder Satz. Oft ist es wirklich die Präsenz. Wir sind da. Wir halten mit aus. Wir halten eine Hand. Wir sind eine Nacht an einem Sterbebett, wo vielleicht sonst keiner mehr sein kann. Dann erlebt man es ja dann doch, dass man sagt, jawohl, da ist was abgeschlossen. Oder sagen wir es etwas lebensfreudiger. Immer wenn ich Kinder taufe, deren Eltern ich verheiratet habe. Ich sage dann immer, ich mag Menschen, die sie an ihre Versprechen halten. Das ist dann offensichtlich der Fall. Also wenn das neue Leben in so eine junge Familie kommt und ich darf dieses Kind taufen, darf diesen kleinen Kopf berühren, ihn oder sie aufnehmen in die Kirche. Auch das ist so ein Punkt, den man setzen darf, glaube ich. Und da einfach vor und dankbar sein, dass man das Werkzeug sein kann. Das ist ja jetzt auch die große Debatte. Die Kirchen in Deutschland werden immer leerer. Kann man dem konzeptionell entgegenwirken? Oder würden Sie sagen, es ist wirklich das Wichtigste, dass jeder in dieser Kirche an seinem Platz das Seine tut? Ich glaube, es ist entscheidend, dass die Menschen wissen, da, wo katholisch draufsteht, ist auch katholisch drin. Es liegt der Kirche in Deutschland immer sehr, irgendwelche Konzepte und Papiere und Gremien und so weiter aufzustellen. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen wissen, das ist eine heilige Messe, die ist so, wie ich es gewohnt bin. Bei einer Taufe passiert das, was ich eben erwartet habe. Also wir müssen in diesen unruhigen Zeiten auch stabil dieser berühmte Fels sein. Das heißt nicht weltabgewandt. Und das heißt auch nicht, wir schließen uns ab, wir sind die katholische Wagenburg und da draußen die böse Welt. Nein, wir sollen schon rausgehen, aber die Menschen sollen das bekommen, was sie zu Recht von der katholischen Kirche erwarten. Was muss man denn tun, um die Herzen der Menschen zu gewinnen? Es ist ja oft so, dass die Menschen ganz eigene Erwartungen an den Priester haben und wenn er das dann nicht so macht, wie sie es gerne hätten, dann ist der Konflikt schon da. Sollte ein Priester sich anpassen oder einfach er selbst sein? Also ich glaube, authentisch zu sein, sollte man möglichst. Das gelingt nie zu 100 Prozent, niemand von uns, das wäre völlig illusorisch, aber möglichst echt sein. Also sagen, was einem nicht gefällt, auch mal sagen, wenn es einem persönlich nicht gut geht, das darf man. Man muss kein Schauspieler sein, das wäre sogar ganz und gar schlecht. Nein, wir sollen da ehrlich sein, aber natürlich trotzdem die Menschen auf ihrem Weg begleiten. Wenn ich an meine Soldaten in der Kaserne denke, da kann ich nicht einfach den Katechismus aufmachen und sagen, jetzt lese ich euch mal vor, wie die Kirche denkt, dass euer Leben sein sollte, dann gehen die Ohren zu, sondern erst mal hören, wo steht der Mensch, was will er, was kann er, was erwartet er, was sind seine Hoffnungen, was sind seine Ängste. Und dann kann ich hingehen und sagen, pass mal auf, ich bin katholischer Priester, aufgrund der Schrift, aufgrund des Evangeliums, aufgrund der Sakramente und der Lehre der Kirche, ist das und das und das wichtig und das kann dir eine Hilfestellung sein. Ich glaube, das ist der richtige und angebrachte Weg. Früher blieben Seelsorger oft viele Jahre in einer Gemeinde oder ein ganzes Leben. Heute wechseln die Pfarrer schneller. Ist das ein grundsätzliches Problem? Was ist aus Ihrer Sicht besser? Also beides hat seine Möglichkeiten und seine Herausforderungen. Ich habe noch Priester kennengelernt. Die waren Kaplan in einer Pfarrei, in der sie dann später 40 Jahre lang Pfarrer waren. Natürlich waren die Menschen die dann absolut gewohnt, aber da schleift sich, glaube ich, schon auch manches ein, was vielleicht auch nicht immer gut ist. Auf der anderen Seite hat man schon den Eindruck, dass manche kirchlichen Organisationen in Deutschland schon gerne haben, dass man schnell wechselt. Also ich denke, alles unter zehn Jahre ist schon relativ schnell, denn wir brauchen ja Zeit, um die Menschen kennenzulernen, um ihren Namen zu kennen, um ihre Traditionen zu erfahren. Und da, glaube ich, ist zehn Jahre schon ein guter Zeitraum, wo man sein kann und dann auch durchaus sieht, was man ausgesät hat und dann zur Ernte wird. Wo erfahren Sie in Ihrem Priester sein Gott am tiefsten? In der Heiligen Messe, die ich jeden Tag zelebriere und im persönlichen Gebet, ganz oft in der Stille. Ich glaube daran, dass es ganz wichtig ist, dass wir Menschen dieses Jahrhunderts bewusst die Stille suchen, sie aushalten und einüben immer wieder. Das gilt genauso für mich als Priester. Also das sind die zwei Säulen, das persönliche Gebet in der persönlichen Gottesbegegnung, aber eben auch die tägliche Heilige Messe. Sie sind jetzt seit zehn Jahren Priester. Was würden Sie im Rückblick anders machen? Also es gibt nichts, was ich gänzlich anders machen würde. Natürlich einige Details, einige Begegnungen, auch Menschen, die mir nichts Gutes wollten, die waren da in diesen zehn Jahren. Aber aus all diesen schlechten Dingen durfte ich ja lernen. Ich bin auch im Rückblick ganz tief der Ansicht, dass es im Leben immer so ist. Entweder gewinnt man oder man lernt. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und das Lernen ist manchmal schmerzhaft, ist manchmal herausfordernd. Da hat man auch Sorgen, die man mit sich trägt. Aber im Letzten, wenn man diese Prüfung durchgeht, geht man immer stärker draus hervor. Und daher würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall wieder Priester werden, wenn ich vor der Frage stehen würde. Und ich ziehe auch aus diesen zehn Jahren auch mit den Tälern, auch mit den Dunkelheiten, wirklich viel Kraft. Was würden Sie einem jungen Mann, der heute in diesen schwierigen Zeiten Priester werden möchte, raten? Also zunächst mal würde ich ihm raten, sich eine gute Universität zu suchen, auch durchaus über die Grenzen Deutschlands zu schauen. Eine gute Universität, wo klar katholisch gelehrt wird. Dann würde ich ihm natürlich empfehlen, sich gute Gedanken zu machen. Will ich Diözesanpriester werden? Das bedeutet im Normalfall Pfarrer, auch einer großen Seelsorgeeinheit. Oder ist vielleicht eine Ordensgemeinschaft etwas für mich? Ist das, was mich ansieht? Bin ich vielleicht eine Mönchsberufung? Also sich das genau zu überlegen und dann auch diesen Weg zu gehen. Von Anfang an weltkirchlich zu denken. Also sich eben auch aufzumachen und zu sagen, wie geht es eigentlich den Christen in Kenia, in Argentinien, in den Vereinigten Staaten, da hinzufliegen und die freuen sich ja. Da ist ja einer, der möchte Priester werden, finden die Menschen interessant. Und dann würde ich ihm dringend raten, alle Gelegenheiten zu nutzen, vor Menschen zu sprechen. Weil das Predigen, das dauert eine Zeit, bis man das einigermaßen kann und da einigermaßen selbstbewusst vorne steht und das bedarf einfach der Übung. Und wenn man ein eher scheuer Mensch ist, dann wird es dadurch nicht besser, dass ich es nicht tue. Also es gibt ja auch als Student zum Beispiel viele Gelegenheiten, vor Menschen zu sprechen, weil wir sind einfach auch Verkünder und um das vor den Menschen zu sprechen, kommen wir ja nicht drum herum. Vater Stephan, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Liebe Zuschauer, Ihnen danke ich fürs Dabeisein und auch für das Gebet für unsere Priester. Das war Spirit, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017